Werden ja auch nicht angezeigt. So, hier ist offen, genau. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah ja. Natürlich ist hier auch alles kaputt. Huch. Achso. Oh, da kann man wahrscheinlich dann irgendwie abkürzen, aber ich will ja nicht alles gut liegen lassen. Jetzt will ich aber erst mal gucken, ob die Sense zufällig besser ist. Bezweifeln, aber... Schockschaden. Ja, aber das ist ja alles Quatsch. Oh. Aber nicht, dass hier auf dem Weg auch noch ne... Sind wir hier schon ganz unten? Ne, ne? Was soll man da? Ah doch. Na gut. Ja stimmt, sonst kommt man ja auch gar nicht mehr wieder hoch. Na, das muss natürlich sein. In diesen Teilen waren aber auch Sachen manchmal drin, oder? War das nicht so? Vielleicht doch nicht. Aber die müssen doch hier Gegner haben. Das ist doch gar keine Herausforderung, diese Steine zu holen. Oh ja. He he. Krass. Bam. So, einmal. Hepp. Aber so noch denn einmal. Zu eins, zwei. So, da wird einer hingerichtet. Aber die waren ja alle richtig schwach. Was soll denn das? Der hat... ...eine Schuhe an, wie ich. Zack. Eins, zwei. Eins, zwei. Ne. Eins, zwei. Und. Genau. Und nochmal. Bam. So, jetzt sind wir auch sogar wieder voll hier mit HP. Okay. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Wie viel Erfahrung habe ich es. Da ist vielleicht ein bisschen was dazugekommen. Aber das wäre ja cool. Das wäre ja bis jetzt nicht so schwer gewesen. Ah, jetzt nochmal so ein Teil. Da ist so ein Ding. Ah, ja. Ah. Gibt es hier? Weiß man nicht. Kann man da irgendwie hochgucken? Hier nicht. Ah, von hier her. Hast du da... muss vielleicht das Teil durch? Sehr gut. Kann sein, dass es die einzige Aufgabe dafür war. Ach, Moment mal. Hier ja auch. Ich dachte, ich mache jetzt den Riesentrick, indem ich das da mache, aber man hätte es sowieso machen müssen. Zum Glück explodiert ein. Das ist ja auch nicht in der Hand, weil es zeitgesteuert ist. Das ist ja auch nicht in der Hand, weil es nicht in der Hand ist. So, mal... Mal wieder zurück. Achso, das ist kaputt gegangen. Da durch. Ich komme jetzt da rüber, aber... Muss ich da überhaupt hin? Da wird ein Weg an... Ah ja, hier. Ach, hier kommt man hoch. Äh. Ah. Warte mal. Ne, das bleibt zu. Der Seite wird auch was an... Achso. Oh. Muss ich da schnell genug sein, oder was? Ah, kann man... Ja, probieren, ob man hier nicht hinkommt. Irgendwie mit so einem Wandläufer oder so. Ne. Wahrscheinlich kann ich... Ich habe keine Ahnung, wo... Warte mal, kann man das Zeug vielleicht ziehen? Ja. Ach, und jetzt kann ich das hier hin tun, oder was? Weil es schwer ist, oder so? Ja. Schwer genug. Mehr kann ich damit nicht machen, ne? Naja. Wie ist denn das jetzt dahinter? Gab es da noch irgendwas? Sehr schön. Das bleibt trotzdem zu. Aber hier kann man ja Dinge tun. Ööööö. Naja, toll. Meine Lieblingsaufgabe, diese... komischen Wandsprünge, die... ja, inzwischen gar nicht mehr so schlecht klappen. Oh. Geht's irgendwohin noch weiter? Ja. Wofür war das jetzt gut? Ach. Ich muss die bestimmt mitnehmen. Gucken. Was man mit den Dingern überhaupt machen kann. Um einen getragenen Gegenstand zu platzieren. Ah. Aha. Genau so ist das nämlich gedacht. Wint mal, hier gibt's mehrere. Da gibt's auch noch einen Gang. Es sieht aus wie der korrekte Gang. Dann nehmen wir den natürlich nicht als erstes. Ah, da... Okay. Da geht nix mehr. Weil da auch nicht dieses Symbol ist. Ja, mal gucken. Aber vielleicht... finden wir ja hier auch noch so einen blutlosen. Dass wir sowieso gegen den kämpfen. Und dann mal sehen, wie das geht. Ah. Hier ist jetzt der erste Stein, oder was? Sobald ich mich hier näher komme, natürlich... Nee, kommt gar keiner. Er kann fliegen? Erklar, der Flügel. Aber krass. Was soll das denn? Lebensstein. Steine, dem die Macht inne wohnen, schlafende Schrecken, das Leben einzusaugen. Einer der drei Steine, die benötigt werden, um den Arena-Champion wieder aufstehen zu lassen. Rückweg kommt jetzt keiner? Ich habe mich hier auch gewundert. Käfer? Hoch. So. Natürlich machen wir wieder den Move. Naja. Sieht irgendwas aus, nach was brennendem, aber... Oh, das hat ja gar kein getroffen. Okay, warte mal. Skarabios. Na ja, gut. Warte mal, oh, können wir da reinschießen, in diesen, der da so blau leuchtet? Oder es ranziehen, weil das sieht ja auf jeden Fall verdächtig aus. Ja. Ja. Ja, die gibt's hier auch noch. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wenn man hat, der ist da oben und macht Krach. Kann man den erschießen? Ja. Okay, nochmal nachladen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hm. Gibt auch ein bisschen Erfahrung, aber jetzt nicht so viel. Aber gut. Sieht also aus, als würden wir ein bisschen noch was kriegen. So, aber hey, wie komme ich denn jetzt hier rein? Ah, einfach so. Okay, die sind Level 14 hier. Ich habe ja viel Leben verloren durch die blöden Käfer. Das sehe ich ja jetzt erst. Was? Das ist ja gar nicht so ohne, denn... Oh. Was? Hier habe ich einen Disc gerade gemacht, aber... Ah. Okay, ja. So, hallo. Ah, da ist noch eine Kiste. Hehe. Warum gibt es denn hier so viele davon? Stein der Macht. Wollen wir mir auch? Das ist jetzt schon der zweite. Das ist ja verrückt. Was gibt es hier? Einen tollen Schlüssel? Echt, eine Karte. Na gut. Warte mal. Naja. Wie viel gibt es denn denn? Jetzt ist nicht so toll. Okay. So, naja, können wir den... Ne, von oben, aber vielleicht. Das ist ja doof. Aber ich möchte ihn trotzdem gerne haben. Oh. Ja, war sogar richtig gut. Ah ja. Ich darf da gar nicht hoch. Da gibt es auch nichts. Man, jetzt muss man hier andauernd an die Decke gucken, um zu sehen, ob man irgendwo noch was abgreifen kann. Hätte man da auch hochklettern können? Warum ist denn hier... Oh. Äh? Warum bin ich denn jetzt hier? Wer... Wer... Okay. Achso, ah ja. Oh, das sieht ja cool aus. Das ist auf der anderen Seite, oder, ne? Ach, hier kommen direkt Leute an. Hallo. Wie geht es euch denn? Jetzt nicht mehr so gut, war? So. So, den nehmen wir mal noch mit hier. So, einfach nochmal so. Naja, viel Schaden macht der ja nicht, ne, der Teleportschlag. Ja, okay. Achso. Ah, ja, cool. Jetzt kann ich von hier dann auch... nach da oben. Das war ja der... Ich planen, Moment mal. In der Mitte? Das ist doch die gleiche Ebene wie hier, oder? Ist das drüber? Ah, nee. Aber hier kommt man leider nicht rein. Okay. Na ja. Aber viel fehlt jetzt gar nicht mehr, ne? Bis zum Level auf. Das ist ja... ...ne gute Sache, denn. Na, hier kommen noch mehr. Oh. Okay. Also ab und zu mal eine Pause machen, kommt auch so denn gar nicht so schlecht. Auch wenn man... ... ... ... ... ... ... ... ... So, hier... Ja, hier bin ich richtig. Ah, stimmt, da ist doch alles schon aufgedeckt. Weil ich ja die Karte hab. Auch nicht schlecht. Okay, also... ... sind in den Dingern doch was drin. Okay, der haut automatisch zweimal zu. Bei den Dingern gibt's gar keine Kombos, ne? Oder doch? Wenn ich jetzt mach 1, 2, Pause und dann weiter, sieht genauso aus. Okay, was ist hier jetzt los? Da muss sich was drehen anscheinend. Und hier kann ich... Kann ich da irgendwo hin? Ja. Da geht's auch irgendwo hin? Hier geht's irgendwo... Hier geht's ja überall irgendwo hin. Ah ja. Ey, genau. Der Tod kann nicht über... ...über so ein bisschen rüberklettern, weil... ...das kann der einfach nicht. Na gut. Also, ach, da können wir nicht mal... Okay, aber dann gibt's wenigstens nicht so viele Optionen, wie man hier laufen kann. Huch, okay. Ah, ja, 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 ja. Okay, hier ist auch noch gesperrt. Müssen wir mal gucken, wo man... ... dieses Teil herbekommt. Das ist am Entsp... Ah ja. Das muss ich bestimmt auch... ... äh... ... da nochmal dran zerschießen. Um die Brücke hochzumachen. Das weiß ich aber nicht. Jetzt muss ich es noch anschießen, naja. So, unten muss ich es ja auch noch einmal machen, anscheinend. Boah, das ist ja ein bisschen doof, dass man dann dauernd das hin und her machen muss, denn... ... so... ... wo das... ... äh, hier, ne? Kann es ja denn vielleicht auch noch... Ah, ne, brauche ich gar nicht rumdrehen. So. Genau, da... ... muss ich denn da... Aber ne, das kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nicht da aufmachen und den... ... hier gibt's noch mehr, ja. Denn... ... kann man noch mit dem Ding nicht an der Wand laufen, oder? Ne, das geht nicht. Müsste die... Ah, ich muss die... Ah, ja, ich muss die rumdrehen. Machen wir das jetzt erstmal. Oder? Warte mal. Kann man auf der Karte sehen, wo es schlau wäre. Hier geradeaus ist irgendwas. Hier geradeaus ist... ... keine Ahnung, auch irgendwas. Geht's denn... Okay, dann drehe ich das erstmal rum. Falsch leider. Okay, so lange wollte ich dann doch nicht. So, geht das jetzt kaputt? Ne, das Ding hängt in der Luft. Ob das doch das geht. So, ja, nun. Ach, das war ja schlau, ne? Das musste ich ja tun von der Seite, bevor wir da auf der anderen Seite weiter können. Ah. Mach mich ja an. Ne, warte mal. Jetzt kann ich ja hier... ...bestimmt noch die Wand lang rennen ... und da irgendwas erledigen drüben. Nee, warte mal. Das war ja falsch. Jawohl. So. Aha. Da bringt's noch gar nix. Okay. Jetzt. Naja. Will ich das... Ich weiß nicht, ob... Kann man das... Vielleicht kann man das Ding ja abhauen auch noch. Vielleicht geht ja das... Oh, da ist eine Seite. Okay. Sehr gut. Wie sind es jetzt? Zwei. Oh. So, kann ich es in die Richtung? Ja, da muss ich es auch noch hin tun. Ich weiß noch nicht, was ich... Aber hier ist jetzt viel... Halt, zurück. Hier ist jetzt vielleicht was schweres, was ich da hin tun kann. Ach, jetzt bin ich eine Ebene tiefer. Ah, ja. So. Ja, wenn das andere mal nicht der Rückweg ist für... Ich hab keine Ahnung, was ich dadurch jetzt gerade verschoben habe. Bringt denn das aber... Ach so, ja. Jetzt kann ich sie wieder hinstellen. Spring da... Geht bestimmt gar nicht, oder? Versuch's mal. Natürlich. Ja, aber ist das hier schon mal... Da? Können wir jetzt von hier wieder zurückgehen? Ah, hier hätte ich es wahrscheinlich dann... Auf jeden Fall bekommen. Jetzt können wir es uns von der Seite greifen. Zufall. 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 Was ist denn da gerade passiert? Weiß man nicht. Ist ja auch noch nicht, wie man da hinkommt. Ah, stimmt. Das können wir jetzt an denen da oben dranhängen. So, ist das ja. Dafür ist es da. Ah, ne, geht doch so. Jetzt steht das mitten auf der Brücke drauf. Okay. So, das war's für heute mit Darksiders. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.